Oh Gott, das ist 18 Uhr. Müssen wir mal zusehen, dass wir das hier fertig kriegen. Bevor es auch noch Nacht wird, dann werden ja... Ich meine, sind wir sowieso alle schnell wahrscheinlich. Weil das ja sowieso überwiegend... Warte mal, ich glaube, ich habe da was gesehen. Hier. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die. Und dann machen wir doch gleich die nächste. Ist jetzt allerdings 16.13 Uhr, das heißt also... Müssen wir gucken, ob wir das noch schaffen, bevor die Nacht losgeht. Das sind schließlich Befallene und wenn das dann auch noch in die Nacht geht, beim Entloot oder so... Oh, 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 oh. Ah ja. Dann klappt das vielleicht mit dem Sterben. Aber das sage ich auch jedes Mal, wo muss ich jetzt lang? Da, ne? Nein, falsch! So habe ich mich aber hier noch nie vor Gnie's knaddelt. So. Keine Zeit verlieren. Ah. Ich will immer klicken. Das ist doch verkehrt. So, fahre ich einfach mal querfeldein drauf zu. Mal gucken, wo wir da hin müssen. Hm, ist ja vielleicht das, wo Sascha mal gesagt hat, wo der öfter eine Vierer gemacht hat. Wir machen ja auch noch Vierer, Aua. Allerdings nicht mehr allzu viele, ne? Denke ich mal, oder? Wie viel habe ich denn eigentlich schon gemacht? Müsste ich mal nachgucken. Na, ist ein bisschen hügelig hier. Ach ja. Habe ich genug, ähm, Munition eingesteckt? Ich habe beim letzten Mal eigentlich nur noch alles weggeräumt und dann bin ich auch raus. Ach, das ist die Garage. Ja, aber ist das gar nicht, ne? Ne. Da noch ein Stück weiter. Vorsicht. Steine. Hier. Ja, ja. Ja, komm mal mit. Das kriegen wir schon gebacken. Ach, hier. Pass auf, dann würde ich sagen, bevor wir das annehmen. Wo ist denn das eigentlich? Hä? Ach, da drüben. Dann gucken wir natürlich hier erst mal. Ach, da kommt doch noch einer, ne? Kollege? Wo war's denn? Ja, genug. Hast du mich schon wieder vergessen? Alzheimer-Zombies. Aber da hast du jetzt auch keine Sorgen mehr mit. So, hier könnte man nur so ein bisschen abbauen, ja. Aha, hier ist, hier geht's los. Alles klar. Ne? Ja, wir müssen so ein bisschen Eier sammeln. Ich möchte ganz gerne die Autos abbauen noch. Oh, da geht in die Nacht rein, fürchte ich. So, erst mal den Krempel einladen hier. Ching, 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 ching. Ne, die nicht. Die wollte ich ja diesmal eventuell benutzen. So. Dann brauchen wir den jetzt, ne? Wie mache ich das? Dann packe ich mal die Wumme auf die 7. Die 6. Ich habe ja übrigens die 6er noch gekauft, wie ihr seht. Hier, das ungefrummelt. Also, das ist dann schon, glaube ich, ganz ordentlich. So, komm dann. Hier, nicht lange fackeln. Dann können wir die nämlich zweimal abbauen. Ist hier ein bisschen Sprit drin? Ne. Mach mir das mal ein bisschen lauter. Ai, 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 ai. Ein bisschen beeilen jetzt hier. Ach, Säure, ja. Ich weiß ja nicht, was ich noch alles mal bauen will. Deswegen immer schön das Zeug sammeln. Weil gerade, wenn das näher an den großen Zombieschredder geht, die ich noch bauen will. Ob da was in den Containern hinten drin ist? In den Trailern? Könnte hier auch sein, ne? Huh, da war noch was drin. Habe ich ja nicht genommen. Offenbar nicht. So. Hm. Hm. Ich habe ja nicht mehr viel Platz zum Mitleben, ne? Ach so, ich hatte die Drohne gar nicht eingepackt. Ist die noch? Die ist leer. Gut. Und still. Ich wollte mal eben gucken, ob vielleicht hier noch was drin ist. Ist hier jemand drin? Hallo? Nö, nur ein Automat, ne? Hm. Auch interessant. Gut. Was haben wir da? Ja, da habe ich jetzt aber keine Lust. Nee, das war es dann wohl. Ja, dann hintenrum war das, ne? Haben wir alles? Ach, den Hubschrauber, den muss ich ja auch nicht mitnehmen hier. Den lassen wir mal hier. Klopft da wer? Ich muss mir da noch ein bisschen lauter machen. Ich höre kaum ein Wort. Nee, jetzt sind die Fackeln. Äh, die, die fahren da. Fackeln. Fackeln habe ich in der Hand. Oh, das ist sehr laut. Sorry. Sonst kriege ich gleich wieder einen Herzklabaster, wenn mal plötzlich ein Zombie grunzt. Da bin ich unheimlich empfindlich. So. Man kann auch sagen, habe ich unheimlich viel Schiss. Ach, hier ist ja alles schon leer gefummelt. Mach an. Hoffentlich hat es mir jetzt mein Auto nicht weggebollert. Ich muss mal eben gucken um die Ecke. Wenn da jetzt parkende Autos stehen, fliegt womöglich mein Sieb durch die Gegend. Nee, alles gut. So. Hier rein also. Guten Tag. Warte mal. Ist zu laut. Der ist ja kaputt, sehe ich gerade. Da sind schon Schritte zu hören. Ich muss aber mal den Eumen reparieren hier. Kommen Sie näher. Hä? Hä? Da. Grüni. Pass mal auf. Machen wir das doch auf Nummer sicher. Der hätte ich wahrscheinlich selber... Na. Dort kriege ich auch so hin. Ich habe schon wieder falsch geklickt. Manometer. Da ist sowas von in die Buchse gegangen. So, was hat er eigentlich gedacht? Hallo? Die kann man wunderbar abbauen, die Dinger. Oh! Wow, wow, wow. Wer schnarcht? Das war's. Pass auf. Dann machen wir das aber hier mal. Das macht krach. Oh, das ist zu laut. Sorry. Ich bin hier heute. Ich stelle mir den Wolf ein heute. So, ich glaube, so ist besser. Na ja. Habe ich viel Zeug in der Tasche? Ah, ja, komm einmal. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt keine Lust, jetzt hier alles so haarklein zu looten. Wir sehen zu, dass wir die Aufgabe fertig kriegen. Wir haben ja schon bald halb 6. Hä? Okay. Jetzt fangen sie an zu prügeln, da. Ach ja. Hier, wa? Eieieiei. Hier auch nochmal. Oh, die schießen schon. Okay. Okay. Aha, aha. Bücher. So. Kommt du wieder mit? Ich weiß gar nicht, ob ich hier lang muss. Das ist das Blöde. Ich hätte den ja ganz gerne schon hier. Na? Kommt. Ob hier gleich was los ist? Kann ich jetzt hier durch? Oh, ja. Oh, yeah. Ja, ja. Ja, Droni, du bist natürlich wieder genau auf der richtigen Position. Droni. Wie das war alles? Mit Leuchtaugen. Natürlich. Ich habe aber genug Munition mitgenommen, ne? Oh, ja, oh, ja, oi, 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 oi. Sieht gut aus. Kommen wir bestimmt noch mehr wach, Mann. Dann machen wir das gleiche nochmal. Schnäpp. Hm. So. Gutsch, 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 gutsch. Ah, das ist irgendwie olle. Ich habe nicht genug. Das brauche ich alles. Hm, Bogen. Hm, hm, hm. Aber hier muss ich noch ein bisschen sammeln. Boah, diese Stühle immer. Oh, ja. So, und dann den wieder. So. Ach, guck mal, hier in der Dusche. Munion. Ja, genau die richtigen. Deadfield. Ach so, ich müsste aber... Messing müsste ich eigentlich mitnehmen, ne? Dann habe ich wieder verkehrt. Boah. Da war wohl ein Zombo drin. Na, allzu viel ist halt auch nicht, ne? Gehe ich nochmal einmal raus? Ich würde sagen. Nur einmal zum Auto. Wo sind wir denn hergekommen? Hier, ne? Ah ja, hier. Und dann nehmen wir die Drohne als Speicherplatz. Den Automaten habe ich gar nicht vorher geknackt. Das war blöd. Das hätte ich machen sollen. Na, das nimm mal ruhig mit. Ist ja schnell weg. So. Okay. Oh Gott, das ist 18 Uhr. Müssen wir mal zusehen, dass wir das hier fertig kriegen. Na, bevor da noch Nacht wird, dann wenn ja... Ich meine, sind wir sowieso alle schnell, wahrscheinlich. Weil das ja sowieso überwiegend... Warte mal, ich glaube, ich habe da was gesehen. Hier. Ich wollte doch wissen, ob ich das schaffe. Beide. Nur mit Knüppel. Aber ich habe auf News gekriegt. Hier nämlich... Das habe ich gesehen. Hier geht es nämlich dann weiter. Das war aufregend. Da dann wohl. Ich mache das jetzt aber doch lieber so. Warte, ich mache die Funzel an. Ah je. Trepsche. 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 Dach, wa? Ich habe da so... Das Gefühl, dass wir das hier so machen sollten. Komme ich da noch vorbei? Ach so, der ist da oben jetzt irgendwo, ne? Na, nur die beiden. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Badrone. Du stehst ja mal was im Weg. Ich glaube, einer von den Vögeln hat überlebt. Bin aber nicht ganz sicher. Ich gehe mal gucken. Ne, ist die Schatten von der Drohne? Ich dachte, der kommt ja an. Aha. Na, boah. Aha, aha, aha. So. Mit dem Zaun, das ist auch wieder so eine Sache, ne? Bestimmt Hunde. Interessant. De, 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 de. Wat? Dit wat hier schon? So. Na ja. Kopfschüss. Da ist noch einer. Der kommt auch in aller Ruhe. Hä? Ach, da kommt der hoch. Ende. Ich hab noch was gehört. Hm. Das dicke Ende kommt ja wohl erst noch. Da hinten liegt der, den ich abgeschossen hab. Du liebe Güte. Was ist denn da? Ist da was drin? Guck mal hier. Okay. Ja, Wahnsinn. Der Oberloot. Gut. Da sollen wir lang. Da ist eine Lampe. Okay. Die lass ich jetzt liegen hier, die Piepmätze. Ja, dann hatten wir den von da schon gerade getriggert. Das heißt, wir müssen hier rein, ne? Na super. Hier gibt's wahrscheinlich gratis auf die Schnauze. Hä? Siehste? Ha! Oh, das war die Drohne. Ich brech zusammen. Mann, 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 Mann. Hab ich mich jetzt vor der Drohne erschrocken. Ich dachte, da wär direkt vor mir jemand gekommen. Äh. Ah. Na? Kommt da noch? Weg einer? Echt? Das hört sich aus, wenn das jetzt mehrere wären. Oh. Jo, warte mal. Immer schön voll machen. Dann weiß nie, ob ich mal irgendwann sonst an einer scheitern kann, ne? Warte mal eben gucken hier. Siehste? Toll. Holz und Stein. Nein. Sehr wertvoll. Hm. 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 Ach hier. Oh, das ist gut. Na ja. Was ist das denn? Das ist wie so ein Sarg. Habe ich richtig gesehen, dass da was hinter war. Oh nü. Höh. Ah. Ha. Alter. Ich würde hier am liebsten weiter drehen, aber das geht nicht. Hm. Vielleicht kann ich noch ein bisschen rüber. Ja, 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 ja. Das ist ja schon mal gut, oder? Aber nützt nix. Bisschen mal runter, ne? Oh je, oh je, oh je, oh je. Ist gerade Ruhe? Nachladen. So. Noch jemand ohne Fahrschein hier? Hier kann man bestimmt einiges looten, aber ich weiß nicht, ob ich das brauche. Jetzt haben wir mal was Gutes bei. Na ja. Fertig sind wir noch nicht, ne? Ne. Das nervt. Drohni? Wo bist denn du, Alter? Bleib mal hier. Ich habe bestimmt alles voll. Ja, ich habe mir gedacht. So. Hier gucke ich nachher noch rein. Da ist doch ein Automat. Oh, Bücher. Ja, ja. Wahnsinn. Was gibt es hier? Ach ja. Schlechtes Gefühl, ich habe hier drin. Ich habe die Orientierung verloren für den Augenblick. Deswegen die falsche Richtung und gleich mal auf die Nuss gekriegt. Naja. War das schon? Tja. 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 Oh, die Drohne wieder. Schockschwere Not, ey. Kommen die vielleicht von hier? Da hinten ist der Endloot. Okay. Pass auf, dann machen wir das so. Da hinten ist ein Schlüssel. Also hier wird noch Party geben. Würde ich denken. Aber ich will mal eben hier in dieses Ding reingucken. Sobald ich da reingehe, wird es wahrscheinlich krachen hier. Die machen wir erstmal zu. Könnte mir eventuell von hinten noch Zeit verschaffen. Jö, jö, jö. So. Okay. Ach, die fallen durch die Decke, ne? Na klar. Habe ich mir jetzt meine meinen Teil kaputt geschossen? Ja, ich wusste jetzt nicht genau, wie ich den stellen soll. Ah, sind wir fertig. Ah ja. Den habe ich kaputt geschossen. Oder den haben sie kaputt geklopft. Das ist auch möglich. Aber ich kann ja zum Glück offenbar reparieren. Jo. Getränke gucke ich manchmal ganz gerne. Da sind manchmal auch diese Energy Drinks drin und so. So. Wollen wir mal hier Bescherung machen, ne? Muss ich ja ein bisschen gucken, dass ich die Vierer fertig kriege, damit ich die Fünfer am Start habe, wenn der Sascha wieder da ist. Dann machen wir ja eine zusammen, haben wir gesagt. So, jetzt hier. Gut. Gut. Und noch einen. Zeitschriftchen. Ich höre die ganze Zeit da draußen. Was kann das sein? Hm. So, Drohny. Ach, guck mal, ne? Der seit welcher ist das, ne? Einser. Dachte erst, wenn ne... Oh, guck mal, was. Patronen. Alter Vater. Munition. Ach, der ist schon voll. Deswegen wird das nicht. Sonst haben wir hier den einen noch. Da muss ich dann mal eben umbauen. Ah, vielleicht kann ich noch abgeben, wenn ich mich beeile, ne? Ich wollte aber eventuell den Automaten aufmachen. Ja, da gehen wir noch eben gucken. Das geht ja auch schnell. Wann macht der zu? Um zehn, ne? Ha, und da ist der Automat. Das ist ja cool. Aber hier alle Regale jetzt durchzuluten, hab ich einfach keine Lust. Naja, immerhin, ne? So, ach, die Autos. Die will ich noch eben machen. Schaffen wir. Heute können wir schon mal hier lassen. So. 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 jetzt ein bier ziemlich voll so track stop irgendwie höre ich immer schritte vielleicht habe ich aber auch schon irgendwie hallo das noch einer und dann nix sie ab zum händler ein motor ja hier ist noch mal sprit gut so jetzt muss ich mal eben gucken den haben wir ja gar nicht gemacht den will ich natürlich auch noch schaffen wir erwarten mal da gibt es auch nur geld wahrscheinlich mal 500 jetzt mal eben gucken was ist denn was man verkaufen könnte wollte das geld natürlich hätte ding oder kauft den 1.000 automat eher nicht oder hier das vielleicht schon eher aber sonst hier so hier vielleicht sind bleibt man stehen kann man hier rein tun macheten teile verkaufen ja sonst wüsste ich so nix ich würde mal eben hier noch rein gucken die sich auch wieder resetet gut auf geht's wo müssen wir denn hin da wir da ok same way back ja so bis zu den vierern geht das eigentlich alles noch richtig umfangreicher doch schon anspruchsvoller wird das so mit den fünfern so habe ich das zumindest in erinnerung aber da sind wir ja auch bald ich habe jetzt schon einige vierer gemacht noch ein paar dann haben wir die durch und dann können wir fünfer machen und dann geht da glaube ich auch oft in größere gebäude in andere biome ein bisschen hügelig sascha ist home so kann ich direkt schon mal die nächste abnehmen annehmen dann ja 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 aber wenn ich verkaufen will immer das in die hand in die hand so ja ja so und dann zeig mir doch mal da haben wir noch vierer was ist die naheste ist eine nacht quest hm macht doch jetzt die nacht quest hm dann kämen die hier befallene befallene können wir mal nach süden forever video ach ach halten rand so jetzt geht's wieder ans einräumen ja 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 nicht driften hier so jetzt wieder die preisfrage kriege ich alles mit ich glaube nicht das ist alles so rappelvoll da ist eine menge zeug drin her drohen wie viel kannst du noch tragen oh gar nichts mehr oh oh ja so ein paar sachen gehen noch ne man weiß ja nie wie es jetzt was hier noch ist was sich stapeln kann machen wir noch mal zwei sind hat ne ja na geht noch was na 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 gut ich räume das wieder kennen wir ja schon das prozedere räume das alles ein drohen die du musst hier rauf kommen wo bist du du hast doch sachen die tasche da und bedanke mich bei euch fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen lasst mir ein like da schreibt kommentare seit beim nächsten wieder dabei ja und dann machen wir weiter bis dann bei bei tschüssi wo z ja w w w w w w w w Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020